Hallo Folks und Willkommen zu einer neuen Sprechstunde. Ich wollte schon Gear Review sagen, habt ihr es gemerkt. Es geht um Equipment, welches ich bereue, verkauft zu haben. Was ihr neben mir seht, ist die kleine Auswahl von Sachen, die ich über die ganzen Jahre nie verkauft habe. Inklusive ihr hier. Über was wir zu reden haben, ist die Sachen, die ihr nicht mehr seht, weil sie unwiderruflich weg sind. Und ich rede nicht über Sachen wie zum Beispiel ein Zoom 9002, was ich verkauft habe, was ich bereue, aber ich ja jederzeit wieder schießen könnte. Wir reden über Sachen, die einfach nicht mehr so in der Art und Weise auf Reverb, Ebay Kleinanzeigen, Ebay Name It zu finden sind. Bis gleich. Das immer wieder. Der Grund, warum ich mir damals die Gitarre gekauft habe, das seht ihr übrigens auch in dem Gear Review zu dieser Gitarre, war, dass sie mir etwas gegeben hat, was keine andere Gitarre geben konnte. Nämlich, dass ich meinen Ton damit gefunden habe und nicht spiele wie auf einer Les Paul, nicht wie auf einer Tele, nicht wie auf einer Stratt, nicht wie auf einer Ibanez. Die Gitarren hatte ich alles. Zu dem Zeitpunkt. Und das ist auch der Grund, warum sie dann nie gehen durfte. Es gab andere Gitarren dazwischen. Ich hatte dazwischen zwei 59er Les Pauls. Wunderschöne Instrumente und durch die Tatsache, dass ich direkt am Lager war, konnte ich mir natürlich auch die geilsten raussuchen. Aber the thing ist einfach the thing. Und ich meine, sie hat ihren Weg gemacht bis hierhin und sie ist verbunden mit mir für immer. Was ebenfalls nicht gegangen ist, und das ist relativ komisch, weil es eigentlich so ein Bestandteil des Sounds ist, den man nicht hört, ist er hier. Diamond Kompressor, übrigens Seriennummer 0009. Also erst der neunte gemachte. Ich hatte damals das Glück, auf der NEM-Show die Firma zu entdecken. Und ja, da war es für mich geschehen. Und es ist nach wie vor für mich der geilste Kompressor, Optor-Kompressor, den es gibt. Den nehme ich für Bass, den nehme ich auch für Gitarre. Ist einfach todgeil, weil hat noch ein EQ drin und egal. Was ebenfalls nicht gehen durfte, war dieser Hardman Octavia, den ich durch Zufall im Internet gefunden habe, vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Okay, da steht mein Name drauf. Das wäre auch so eine Kiste gewesen, die du nie wieder hättest irgendwie gewinnbringend verkaufen können. Also warum verkaufen, wenn ich nur Geld drauf lege? Verhalten. Meine Go-To-Pedale, wenn es um Paddleboard geht, ist DD3 und TU, das muss ich gerade mal gucken, TU3. Beides Geschichten, die gehen nicht. Die bleiben immer hier im Schrank und werden immer da sein, wenn ich wieder ein Board zusammenschraube. Und dieser Hohner Rockwood. Und da fangen wir schon mit der ersten Lebenslüge an. Das ist nämlich mittlerweile schon die dritte Version, die ich hier habe. Die Originalversion bestellt, ich würde mal sagen, im Jahre 1994 im Neckarmann-Katalog. Er ist, soweit ich weiß, zu meinem Cousin gewandert, der ihn immer noch hat. Danach habe ich mir nochmal einen bestellt, habe ihn wieder verkauft. Und das ist jetzt die dritte Version, auch über eBay-Kleinanzeigen geschossen, für 20 Bucks oder so. Irgendwas in dem Dreh. Wenn es irgendwann mal einen Signature-Verstärker geben sollte von mir, dann wird er darauf aufgebaut sein mit mehr Watt. Okay, long story short. Wir haben gesagt, wir wollen über Sachen reden, die wir bereuen. Das war ja schon mal die erste Sache, die ich bereue. Nämlich, ich habe ihn mir dann wieder gekauft. Der war auch 1 zu 1 zu ersetzen. Da sind wir bei dem Punkt mit dem Zoom, was ich gesagt habe. Ja, ich vermisse das. Da waren so ein paar geile satrianische Sounds drin. Ja, fuck it, das kriege ich für 75 Euro mit Paddleboard und Power Supply irgendwie immer bei eBay wieder. Der Olli Lohmann hatte es noch bei sich zu Hause. Ich habe es mir ein paar Mal ausgeliehen, habe dann gemerkt, okay, der Spaß ist dann irgendwie nach drei Tagen auch schon wieder rum. Und dann gibt es es halt wieder zurück. Ja, also, was ich richtig, richtig bereue ist, das Zoom habe ich damals bei Cree Music gekauft. Und es war dreimal kaputt. Und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, Bernie, pass auf, es funktioniert nicht mit dem Ding und mir. Ich tausche es ein. Und es war damals richtig, richtig teuer. Es war richtig, richtig teuer. Es war, keine Ahnung, ich müsste jetzt lügen, aber irgendwie 1000 Mark oder 1200 Mark, irgendwas in dem Dreh. Und hat er gesagt, ja, kein Problem, nehme ich dir zurück. Super kulant, hätte er ja nicht machen müssen in dem Moment. Und ja, dann habe ich mir einen roten 800er 2203 davon gekauft. Und den habe ich verkauft, weil ich damals in VHT auf Endorsement Basis bekommen habe und dachte, ich brauche ihn nicht mehr. Ja. Ich habe noch ein paar Liveaufnahmen gefunden, die ich damit gemacht habe. Hört mal rein. Das war 57er vor einer 1936 212er Box, nur mit dem Marshall obendrauf und einem irgendeinem Verzerrer. Ich weiß nicht mehr genau, was es genau war. Ich erinnere mich noch, dass ich tierisch enttäuscht war, als ich den Amp im Proberaum hatte und der keine Zerre so an sich hatte, wie ich sie kannte, sondern an sich hatte vorher so einen PB Rockmaster Preamp. Ja, also das brauchte irgendwas davor, aber mit dem davor, ich glaube, ich habe sogar eine Zeit lang eine Cream Machine von Houston Kettner davor gespielt. Tierisch. Also was ein runder Sound. Ich habe diesen Sound original wieder gehört, als ich vor ein paar Jahren Europe mit John Norum gesehen habe. Das war genau dieser mittige, tierische Sound. Bereue ich. Was ich noch bereue und was auf meiner Watchlist bei Ebay und bei Ebay Kleinanzeigen und auch bei Reverb ist, ist eine RG 550 BK. Die hatte damals ungefähr den gleichen Stellenwert wie diese Gitarre jetzt hier für mich. Niemand hatte gedacht, dass sie und ich irgendwann mal auseinanderzubringen sind. Die Besonderheit war, dass die Gitarre mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Ich bebildere es mal hier so ein bisschen. Aber am Ende war sie fast wie der Stock, mit der Ausnahme, dass ich vorne und hinten in Zebra Puff Pro drin hatte und alle Hardware von Schwarz auf Chrom umgerüstet habe. Kurz danach kam die Gitarre dann eigentlich genauso von Ibanez raus. Ich glaube nicht, dass sie sich an mir orientiert haben, obwohl ich damals relativ mit Seven Wishes, mit der Band, relativ prominent unterwegs war. Also das war The Guitar damals und sie musste gehen, weil ich brauchte die Kohle und ich wollte die Freiheit für die Nikuba haben, um nur damit zu spielen. Also diese Gitarre, und ich rede nicht von der RG 550, die kann ich überall bekommen. Die kann ich auch neu wieder kaufen mittlerweile und die sind ja auch nicht schlecht. Diese Gitarre hatte eine Besonderheit, diese RG 550 von 1989, 1990. Der Hals war dicker, der war dicker als ein normaler 5,50 Hals, nämlich so dick, wie es bei den Gems war. Keine Ahnung, ob irgendwie ein Gem Hals in die Produktion reingekommen ist und dann wurden Dots statt Dingsbums nach Tree of Life reingesetzt. Der Hals war etwas dicker, übrigens auch so ähnlich wie die 450, die aus damals, glaube ich sogar, noch Japan und dann aus Korea kamen. Ja, also das war so ein bisschen die Besonderheit. Und für alle die da draußen, die jetzt zuhören, am siebten Bund, am siebten Bund hatte sie wohl mal einen Ast und da hat die geharzt, immer. Das war natürlich irgendwie, jeder hat gedacht, ich kann nur am Moll spielen, weil die da immer so dreckig war. Die war immer schwarz an der Stelle, das konnte man aber abkratzen und nach drei Wochen kam es wieder raus. Ja, also RG 550 und der Marshall sind mit Sicherheitssachen, die ich gerne wieder hätte. Warum der Marshall unwiederbringlich ist, ja, der Marshall war speziell, so wie jeder Marshall irgendwas Spezielles hatte. Und ich möchte gar nicht das Risiko eingehen, mir einen anderen Roten zu holen und dann enttäuscht zu werden, also dann den. Also das, die beiden Sachen waren mit Sicherheit eine Geschichte, die ich hätte niemals gehen sollen, lassen sollen. So, was gab es noch? Wie gesagt, ich hatte diese zwei 59er des Pauls, die überhaupt kein Problem waren, die gehen zu lassen, weil ich einfach festgestellt habe, kurze Mensur und ich, nee, das ist überhaupt gar nichts. Und, ja, im Grunde genommen bleibe ich bei den beiden Sachen hängen, die ich am meisten bereue. Mein allererster großer Verstärker war ein Laney AOR 100. Und ich bin schon mindestens zweimal in den Rhein gerannt, wieder in den Amp, der macht hier in der Rhein-Main-Ebene so immer die Runde. Geil. Habe ich übrigens das letzte Mal, ich weiß nicht, ob es der ist, aber ein anderer beim Cream stehen sehen, die haben den da. Ja, und, ja, ein Amp, den ich wiederbekommen habe, den ich sehr vermisst habe, war ein JTM-45. Den habe ich dann gespielt bei Ina morgen. Hört mal rein. Hört mal rein. Where do we go? Where do we go? Für den Gitarrensound habe ich echt sehr viel Lob bekommen. Aber es war halt überhaupt nicht ich. Also ich fand es endscheiße. Ich hatte den Riesenspaß. Ich hatte den Riesenspaß, weil ich mal irgendwann auf der Bühne stand mit der Ina und mein Paddleboard ist ausgefallen. Und ich habe einfach in den Amp rein und habe ihn volle Kanne aufgedreht. Und das war mal ein cooles Erlebnis. Klang aber jetzt auch nicht so geil, dass ich jetzt gesagt hätte, das ist mein Leben. Nee, da bin ich nach wie vor der Typ hier. Ich mag diese Amps einfach. Ich mag diese Justin Kettner und diesen 20er-Tubemeister. Und das ist einfach, danach habe ich immer gesucht und das ist es. Dementsprechend, ja, den hatte ich wieder und habe ihn dann nach Kanada verkauft. Und ich hoffe, der gute Mann ist zufrieden damit und hat den Schock überwunden, als er gemerkt hat, dass der ja 220 Volt hat. Da habe ich mir auch gedacht, du Depp, was bestellst du auch einen europäischen Amp, wenn du weißt, dass ihr drüben nur 110 habt. Aber gut, er wird es irgendwie hinbekommen haben. Ja, lasst mich doch mal wissen, wie schaut es bei euch aus? Was sind die Sachen, die ihr am meisten bereut? Ich muss sagen, nach all reiflichen Überlegen ist es wirklich nur, kommt es auf zwei Sachen. Bei der einen bin ich wirklich auf der Jagd, dass ich die irgendwann wieder finde, die RG. Der rote Marshall ist weg. Ja, das war es. Und alles andere hatte einen Grund und ist okay. Und ich bin fein damit. Alright, ich bin gespannt, was ihr mir schreibt, wo es euch noch so ein bisschen juckt, wenn ihr daran denkt, dass ihr das wieder gerne hättet. Lasst es mich wissen, schreibt es unten rein. Macht's gut. Ciao.